Hallo Freunde, hier wie versprochen ein kleines Update. Mir geht's soweit schon deutlich besser. Ich hab noch ein anderes Problem dazu bekommen, nicht nur, dass ich einen viralen Infekt hatte, nein, ich hatte dann auch noch einen gequetschten Nerv, also ich hab die letzten Tage super toll verbracht mit Schmerzen. Dann zum Glück jetzt am Wochenende dann wenigstens Schmerzmittel gehabt. Also so wie es aussieht, bin ich am 13. dann wieder auch arbeiten. Und das heißt, also am 14. würde ich dann auch wieder ein Livestream machen. Und ab 14. kommen dann auch wieder Videos, also 14.12. Ich lass mir jetzt noch ein paar Tage Zeit, um das alles vollständig zu genesen, heute Morgen, übermorgen. Und dann kommen wieder Videos. Ich hab noch zwei in petto, die hatte ich aufgenommen, aber noch nicht weiter bearbeitet. Und ja, also ab 14.12. geht alles wieder seinen gewohnten Gang, mit Livestream, mit Videos, täglich wieder. Und ich muss mal schauen, ich hoffe, ich krieg's hin, vor Produktion alles zu machen, dass über Weihnachten und Neujahr auch Videos kommen. Das kann ich aber noch nicht vorher sagen. Das kommt ganz drauf an, wie ich jetzt in den nächsten zwei Wochen noch Urlaub bekomme. Wenn ich zwischen Weihnachten neuer Urlaub habe, dann krieg ich das auf jeden Fall hin. Und ich muss mal gucken, vielleicht krieg ich's hin, auch Neujahr wieder ein Neujahrsvideo zu machen. Also um 0 Uhr kurz mit der Kamera wieder ein Vlog aufnehmen und das hochladen. Das kann ich aber allerdings nicht versprechen, weil ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht zu Hause sein werde, sondern bei Freunden. Und da hab ich halt nicht meine PC-Sachen, Internet und bla bla, sondern bin halt auf deren Sachen angewiesen. Ich versuch's mal und mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich danke euch recht herzlich, dass ihr in der Zeit nicht rumgehatet habt und alle deabonniert habt. Vielen Dank für euer Verständnis an der Sache. Es ist halt so, dass ich, wenn ich wirklich mal krank werde, dann auch ziemlich kackekrank bin. Und das aber dafür nur ein, zwei Mal oder so im Jahr auftaucht. Also ja, ich danke, dass ihr dafür Verständnis habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Freitag im Livestream sehen und bei den Videos dann. Bis dahin, Peace out of Reconsteplay. Ciao. Ciao.